Willkommen und weitergehoppelt in die Systemspiele, als ich da äh, das kann es online nennt. Wir sind immer noch am Castell Navire, wo es auch ein größeres Ritterfest gibt. Wir haben neuerdings eine, äh, Begleiterin, die, äh, verwegene Isabelle Villois, die wir noch irgendwie in Krummsäbeln in der Hand drücken müssen, damit sie besser zur See fahren kann. Die auch irgendwie nichts möchte, dass wir irgendwie tun können, wie zum Beispiel Vampirismus betreiben, oder Leute bestehen, oder so viele andere Sachen, was ein bisschen schwierig machen könnte, sie zu leveln. Waffen abgesehen, dass das glauben mir eh nix bringt. Ich mach das ja eher so gewohnheitsgemäß. Man könnte fast sagen, ich bin, äh, krankhaft, äh, kleptomanisch. So, auf jeden Fall sagt mir das Spiel, dass hier unten noch der Hafen des Ortes liegt, und dass der Hafen angeblich ein Quest-Hub ist. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wer diese Beschreibung tatsächlich geschrieben hat, dass der Hafen hier angeblich ein Quest-Hub ist. Äh, das kann ja genauso gut sein, dass der Navireanleger einfach nur ein Ort ist, und dass die Designation Quest-Hub nur dadurch kommt, dass das Ding halt... Warum liegt hier ein Reh? Naja, wenn das Reh hier am Wasser chillen würde, darfst du das. Äh, dass die Designation Quest-Hub nur daher kommt, weil das hier halt dieses Turniergelände in der Nähe ist. Ist auf jeden Fall, äh, der ein oder andere größere Pott. Ich hab die Größe schon mal realistischer. Irgendwie, ich glaub, es gibt irgendeinen Hafen, äh, unten da in, in Grünschatten, oder wie auch immer der Ort hieß. Der, der, da waren so Boote, die waren richtig solle klein. Das war so ein bisschen ärgerlich. Was? Pflicht und Routine. Anweisung. Für alle Kammerjungfern ihrer Gnaden, Herzogen Elea, wie er zu ihm den Tag zu strukturieren und zu gestalten ist. Frühmorgens weckt die Herzogin mit einem Frühstück aus frischem Obst, Gebäck und einem Reihenquell, was in ihren Schlaf gemacht. Bringt Herzogen Elea die neuesten Sensschreiben und Nachrichten, die sie über die Nacht angesammelt haben. Priorisiert dabei alles aus den Werften. Bringt heißes Wasser aus der Küche, damit Herzogen Elea baden kann. Räumt das Schlafzimmer auf und bleibt beschäftigt, während ihr euch in ihren Zimmer aufhaltet. Kleidt Herzogen Elea für die Aktivitäten des Tages. Eine lange Ruhe für offizielle Audienzen, eine Hose für Kontrollbesuche im Hafen, Kleider, wenn wichtige Gäste empfangen werden, eine Tunika für Appelle der Ritterorden. Morgens. Begleitet Herzogen Elea bei ihren Morgenaktivitäten, achtet er besonders darauf, dass das Gesindel auf den Straßen und schirmt ihre Gnaden falls nötig ab. Sorgt dafür, dass Herzogen Elea nicht von besagten Gesindeln oder kurieren, adeligen oder entsandten Württrägern ohne Termin belästigt wird. Mittags. Richtet das von der Köchin zubereitete Essen an und serviert es. Kostet sämtliche Speisen vor, um Reinheit, Geschmack und Sicherheit zu gewährleisten. Bereitet den Schreibtisch vor dem neuen Pergament einen vollen Tinten fassender Auswand Schreibfedern. Sorgt dafür, dass kleine Happen auf der rechten Seite des Schreibtischs bereitstehen, wo er Gnaden sie leicht erreichen kann. Sammelt sämtliche Nachrichten und versendet sie gemäß Herzogen Eleas Anweisungen. Nachmittags. Herzogen Elea trifft sich gern wie an Beratern und Personen, die mit den Leitungsarchipäts beauftragt sind. Ruft jene, mit denen sie sprechen möchte und plant jedes Treffen zeitlich entsprechend. Lasst die Gnaden arbeiten und räumt ihr Zimmer auf. Überprüft die Kamin auf Anzeichen von Manipulation und verstärkt, wenn nötig, die Fenster gegen Angreifen. Abends. Bereitet eine Auswahl an Kleider für die Herzogin vor und beachtet dabei den Plan für den Abend auf die Gästelitze. Unterstützt die Herzogin beim Ankleiden. Bleibt den Abend über an ihrer Seite serviert und behandelt alles vertraulich. Tanzt auch da nicht, wenn ihr aufgefordert werdet. Ihr seid nicht hier, um euch zu amüsieren, aber platzt an der Seite der Gnaden. Nachts. Begleitet die Herzogin am Ende des Abends in ihr Gemächer. Bereitet das Zimmer für ihren Schlaf vor und versichert euch ein letztes Mal, dass keine Gefahr für das Leben in eurer Gnaden besteht. Schlaft für eure Tür, damit ihr stets bereit seid, wenn man euch nachts noch brauchen sollte. Was mich jetzt noch ein bisschen verwirrt ist, ist für die Kammerjungfern. Also, die jungen Frauen, nehme ich mal an. Also, Jungfern ist im Prinzip wahrscheinlich Jungfrau, behaupte ich jetzt so, aber was weiß ich, wie promiskutiv die hier sind. Aber zumindest der Security-Teil des Jobs sieht mir irgendwie so aus, als sollte man denen eigentlich nicht den Kammerjungfern überlassen, oder? Ich weiß nicht, sollte man da vielleicht, ich meine, wenn es unbedingt darauf ankommt, dass es eine Dame ist, vielleicht so eine Dame hier mitnehmen kann. Die hat schon einen Zwecker, wenn die so läuft, ne? Die läuft so ein bisschen breitschuldrig, ne? Wenn die so geht, so wupp, wupp, von jetzt. Naja. So, unabhängig davon. Kleines Trivia, was ich, glaube ich, schon mittlerweile fünfmal erzählt habe. Einige Frauen-Klamotten haben die Reißverschlüsse und Knöpfe auf der linken Seite, weil man früher irgendwie davon ausgeht, dass die Dame von Welt sich anziehen lässt oder angezogen wird. Und dass sie nicht, falls sie gegenüberliegende Person ist. Ist denn immer irgendwie witzig, wenn man irgendwie eine Jeans anhat, wo der Reißverschlüsse auf der anderen Seite ist. Dann hat man aus Versehen, die etwas weitere Jeans der Freunde gegriffen. Okay, das kann bei meinem Fall nicht passieren. Sie ist kleiner als ich, aber ich kenne jemanden, der das schon passiert ist. Die sah sie gut. Der Hinterl sah gut aus. Äh, ja. Davon einmal abgesehen. Suche ich eigentlich weitere Nebenquests? Ich fürchte fast, wir werden keine finden. Nachdem die letzte ja so lang war, nehme ich mal an, dass ich jetzt erstmal so schnell nichts mehr finde, außer in das nächste Gebiet zu reiten. Weil jetzt wissen die Frage, was ist denn das nächste? Genau, die Schisswerft ist auf jeden Fall das nächste große Gebiet. Ah, ne, hier. Wir haben Druiden in Adrine gefunden. Ich weiß nicht, ob das mit Druiden jetzt zu früh ist, aber warum hat dieses Vieh so eine riesengroße Schere? Das ist ja schon lächerlich. Ernsthaft! Das Vieh müsste doch vorne überkippen, oder? Junge. Na gut, reden wir mit Druiden Audrine. Reisende, ich rate zur Vorsicht. Eine Verderbnis hat Besitz vom Steinlehrerhain ergriffen. Die Wildtiere sind angriffslustig geworden und verbreiten Verunreinigungen, wie unser Zirkel sie noch nie erlebt hat. Die Natur selbst scheint aus dem Gleichgewicht zu sein. Die Druiden dringend mal auf Wanderfahrt schicken, um sich mal woanders Sachen anzugucken. Ich hatte doch noch irgendein Buch über Systrin und den Druiden gesehen zwischenzeitlich, was ich wahrscheinlich jetzt am besten gleich lesen sollte. Also es ging um Systrin und den Druiden und den Wirt. Was für eine Verderbnis? Das hoffe ich herauszufinden. Die Erzdruiden sandte mich aus, um dem nachzugehen. Doch ich konnte nicht mehr tun, als den ehemals sanften Kreaturen des Heinz auszuweichen. Ich fand ein paar Taschen der Verderbnis, die geläutert werden müssen. Aber ich brauche einen weiteren Druiden, der mir dabei hilft. Oh. Ich glaube, so Verderbnis läutern ist halt so die Sache, die ich gar nicht kann, oder? Da haben wir ja gar keine Qualifikation zu. Also du brauchst mehr Druiden? Eigentlich brauche ich nur ein zweites Paar Hände. Hier. Lasst mich das auf eurer Karte markieren. Ich werde einen Läuterungszauber wirken. Danach brennt ihr die Verunreinigung aus. Das wird zeitweise das Gleichgewicht wieder herstellen, während wir nach der Quelle suchen. Der Zirkel wird euch natürlich entlohnen. Immerhin werden ihre Klamotten richtig gerendert. Ja gut, ich werde dir natürlich helfen. Suchen wir uns ein paar Gebiete konzentrierter Verderbnis. Meine Zauber werden die Verunreinigungen läutern. Danach verbrennt ihr sie. Hoffentlich können wir die Quelle der Verderbnis ausmachen, bevor dieses Unheil sich über den Rest der Insel ausbreitet. Bleibt bloß wachsam. Ich weiß nicht, wo diese Frage jetzt herkommt, aber ist der Steindehrerheim wirklich so gefährlich? Er war es nicht immer. Er war einst der sicherste Ort auf der Insel. Meine Ahnen betrachteten den Haien schon als heilig, als sie hier ankamen. Jetzt greifen die Verderbten Wildtiere grundlos an und einige meiner Mit-Droiden sind ebenfalls betroffen. Oh, das ist ja interessant. Wie konnte das denn passieren? Möchte man nicht mehr, die sind dagegen gewappnet? Na gut, die Verderbnis, was genau ist das? Leider nicht viel. Mir fiel die Wirkung erst vor kurzem auf. Ansonsten zahme Kreaturen wurden angriffslustig. Eine seltsame Fäule breitete sich über die Pflanzen und Bäume aus. Ich trug der Erzt Ruiden meine Sorgen vor. Anfänglich dachte sie, ich würde übertreiben. Ernsthaft? Müssten die Ruinen nicht ein bisschen Feinflüge sein, was das angeht? Also der Klassiker ist ja, dass die Unterlinge dir etwas erzählen und der Chef glaubt das halt gar nicht, weil sie denken, Unterlinge möchten sich wichtig machen. Aber die Ruinen wirken jetzt nicht so, als wären die so unfassbar kompetitiv, dass so etwas ein Ding ist, dass da irgendjemand sich wichtig machen will. Müssten die nicht per Default erst mal ihren Leuten viel mehr glauben. Ich meine, welchen Grund könnten sie haben, dass die Worte einer ihrer Untergestellten, mal von abgesehen, wie viel Rangordnung hat so ein Druid da eigentlich? Die klingen ja schon ziemlich egalitär, oder? Ich meine, die werden halt eine Erztruide haben, aber, oder irgendjemand, der zumindest so ein bisschen das Ruder übernimmt in Zeiten der Not. Aber wie, wie, wie viel Rangordnungspunkte wird es da schon geben? Und dass sie da einfach so etwas ignorieren? Na egal, das wird schon so schlimm. Na gut, und du konntest dich aber ermitteln. Ich bin mir nicht sicher, ob jemals irgendjemand Erztruid in Agati von irgendetwas überzeugt hat. Doch sie konnte nicht bestreiten, dass im Hain etwas Seltsames vor sich ging. Sie befahl mir, dem nachzugehen und meine Funde den Zirkel Ältesten vorzutragen. Na gut, das ist also der Klassikerfall. Da kann man aber leicht drum rumspielen. Man sorgt einfach dafür, dass die Leute selber glauben, dass sie sich überzeugt davon haben. Und dann passt das schon irgendwie. Und was sagt der Älteste? Nichts. Ich bin noch nicht wieder zurückgegangen. Bis ich festgestellt habe, ob sich die Verderbnis läutern lässt und wo ihr Ursprung liegt, kann ich nichts wirklich Neues melden. Nun, außer, dass die Verderbnis sich auch auf manche meiner Meddroiden auswirkt. Und wie sieht das aus? Genau das. Sie wurden so feindselig wie der Rest der betroffenen Wildtiere. Wir müssen womöglich mit verderbten Droiden fertig werden, wenn wir welchen begegnen. Doch mit eurer Hilfe und dem Segen des wahren Wegs werden wir bald eine Lösung finden, die wir den Zirkeleltesten präsentieren können. Und was hält dich davon ab, auf einmal besessen zu werden? Okay, was ist denn der wahre Weg? Ich schätze, ihr würdet es wohl unsere Doktrin oder unsere Religion nennen. Der wahre Weg steht für ein Leben, das von natürlichen Prinzipien gelenkt wird und vom Wert und dem Willen der Natur. Alle Natur kommt von Üffre. Und die Droiden sind die Mittler von Üffres Willen. Oh, ich muss mich jetzt sehr zurückhalten, jetzt nicht alle zwei Minuten zu sagen, das ist der Weg, der wahre Weg. Üffre, wer ist denn jetzt? Üffre, etwas komischer Waldgeist. Habt ihr noch nie von Üffre gehört, wo ihr herkommt? Der Geschichtenerzähler? Der Gott von Lied und Wald? Der Geist ist jetzt? Üffre formte den Rahmen, auf dem die Natur gewoben wurde. Er ließ die Regeln des Lebens auf Nirn erstehen. Sein Weg ist der wahre Weg. Oh, das ist die Droiden als Priester zu bezeichnen, ist bestimmt auch eine super Idee. Ich bin eine Droidin des Steinlehrer-Zirkels. Ich bin eine Lehrerin, eine Heilerin, eine Beraterin. Und ich hege auch die natürliche Welt. Ich höre die Stimme Üffres und seiner Erdknochen. Und ich tue mein Bestes, ihre Fürsprecherin zu sein. Natürliche Prinzipien lenken jede meiner Taten. Das ist ja super, okay. Jetzt kann ich nochmal allgemein. Jetzt fragen wir, wann kamen die Droiden nach Hochinsel? Oh, das war früh in der ersten Ära. Nachdem sie mit der Direni-Hegemonie gerungen hatten, kamen unsere Armen auf diesen Archipel, weil er eine Verbindung zu Öffre hatte. Nach ihrer Ankunft betrachtete unser droidischer Zirkel den Steinlehrer-Hain als einen heiligen Ort. Ich kann mir das richtig vorstellen. Die landen an, laufen drei Meter. Oh. Nee, komm hier. Da vorne. Der Walter, der ist jetzt heilig. Ich hab keinen Bock mehr zu laufen. Günther, lass dir ein Zelt aufschlagen. Passt schon. Ja, was genau ist ein droidischer Zirkel? Man könnte es wohl eine Fraktion oder Sekte nennen. Die Droiden des Archipels gehören einer von drei Untergruppen, sogenannten Zirkeln, an. Jene, die im selben Zirkel sind, haben gemeinsame Vorstellungen, Traditionen und Herangehensweisen an den Willen Öffres. Ja, die Beschreibung klicken wir jetzt natürlich durch. Erzähl doch von den drei Zirkeln. Von denen hab ich ja noch nie gehört. Die Droiden dieses Heims gehören alle zum Steinlehrer-Zirkel. Wir verehren die Natur, glauben aber, dass alle Kulturen hier einen Platz haben. Manche der Bewohner von Hochinseln nennen uns auch die freundlichen Droiden. Wir predigen selten und lassen stattdessen unsere Taten für uns sprechen. Das ist eine super Taktik, um immer mehr Arbeit zu kriegen und niemand weiß, was du getan hast. Das heißt, die Standardmaxim auch immer, tu Gutes und rede darüber. Weil andernfalls machst du irgendwelchen Scheiß und dann kommt irgend so ein Penner an und behauptet, ja, ja, guck mal, guck mal, das hab ich doch hier schön gemacht. Auch übrigens gerne mal zu sehen, auch bei so Firmen. Ich dachte, was ist das neulich? Neulich wurde irgendwas zu Warming gestorben. Ach genau, das ist neulich wurde, war glaube ich eine EU-weite Richtung, dass du jetzt die gleiche Netzabdeckung hast in anderen Ländern wie hierzulande, weil das war irgendwie vorher nicht so. Und jetzt stellen sich halt die Mobilfunkunternehmen hin und sagen, ja, ja, guck mal, wir haben jetzt hier total neues, cooles Service-Feature. Aber das ist, dass quasi aufgezwungen wird, auf jeden Fall keiner mit einem Wort. Das ist total geil. Na gut, und die anderen beiden Ruinen-Zirkel? Ihr werdet bei euren Wanderungen wahrscheinlich auch dem Arn-Gezeiten-Zirkel begegnen. Seid vorsichtig. Er ist offen feindselig gegenüber zivilisierten Bewohnern von Hochinsel. Doch was den Feuersang-Zirkel angeht, kann nicht einmal ich viel über ihn sagen. Er verlässt nie die Insel Öffelon. So, die Frage, die wir jetzt übrigens nicht gestellt haben, die jetzt total interessant gewesen wäre, wie sieht das Leben so als Druide aus? Also fängt man in den jungen Kinderjahren an? Oder entscheidet man sich dafür irgendwas? Ist sie ein Wegläufer? Na egal. Okay, ich guck mal kurz nach diesem Buch mit den Wirt und den Druiden. Ah ja, das Buch heißt übrigens Wirt und Druide. Eine Nierschrift des Vortrags von Erz-Druiden Barnaby von Festländern im 2. Ehre 553. Ähm, das ist nicht so lange her, oder? Das ist doch fast Contemporary, oder nicht? Ich öffne gerade, dass du das... So, 580 Eugen Krönig, 582 Strönung. Naja, das ist so nie die 30 Jahre her. Also prinzipiell im Mittelalter Zeitraum gar nichts. Ähm, die Geschichte der Druiden ist die Geschichte der Bretonen. Und es wird. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Ihr fragt, wonach wir als Druiden glauben. Und ich sage euch, dass das, woran wir glauben, ein Produkt unserer Heimat ist. Und sowohl der Wirt als auch die Druiden. Für wahr, alle Bretonen stammen aus derselben Wiege. In uralten Zeiten zogen unsere Vorfahren ohne Elfenblut durch die Hügel im Mooruf und Hochfels. Sie lobpreisten das Ritual von allen anderen Sternen. Noch kannten wir Yphre, nicht mit unserem Verstand. Wohl aber kannten wir unseren Herzen. Schließlich gaben uns die Töchter und Söhne das Ein, dem wir Anuil nennen, die Worte, Yphre, der Grünkönig, der schlummernde Vater Nirns. Wir suchten Beistand beim Boden, bei den Steinen, bei den Tieren des Waldes. Während dieser frühen Periode gab es weder Druiden noch Wirt. Es gab nur Bretonen, die ihren Weg suchten, den wahren Weg, einer schroffen und doch wunderschönen Welt. Mit der Zeit gabelt sich der Fahrt zum wahren Weg. Abgestoßen von den Ausschweifungen der Elfen entstanden die Schwesternschaft der Würdinnen, die sich völlig von der Zivilisation abgewandten. Sie fanden Schönheiten der rohen, ungezählten Natur und wollten wie nackte Säuglinge in Yphre's Umarmung versinken. Sie flüsterten den Erdknochen zu und wurden wieder zu Kindern. Wir Druiden fanden ebenfalls Schönheiten der Natur, aber wir konnten nicht leben wie die Tiere. Weisheit liegt darin, den richtigen Ort für alle Dinge zu kennen. Mensch und Meer sind weder Wölfe noch Fahne noch Stürme. Wir sind Mensch und Meer und müssen leben wie Mensch und Meer. Und das hieß, nach vorn schauen, nach einer perfekten Welt zu streben, nicht nach Resultation und Trennung. Möchten die Druiden zurück in die Zeit des Druidenkönigs, als die Nachkommen von Galen in der Verbindung zum Festlandtrennen und in unbekannte Welten aufbrachen? Einige möchten dies, aber wir vom Steindeerekreis sind der Ansicht, dass es eine Möglichkeit gibt, in Harmonie mit den sogenannten zivilisierten Brüdern und Schwestern zu leben. Dass wir dadurch gute Arbeit und gute Beispiele unserer Mitbretonen und den anderen Bewohnern des Systrenarchipets die Vorteile des wahren Weges zeigen können. Die Würden des Festlands erkennen unser gemeinsames Erbe nur selten an. Sie bezeichnen die Druiden als Baronen in Efeu-Roben, aber wie sie vertrauen auch wir dem bretonischen Staat nicht vollends. Anstatt jedoch die zivilisierten Regionen der Welt zu ignorieren und dann allein in der Wildnis zu hausen, versuchen wir mit gutem Beispiel voranzugehen, die Welt um uns herum neu zu formen, wie es Yfra einst tat. Das ist die Würde des Steinlehre-Kreises und diese Würde tragen wir gern. Wenn wir uns vom Bretonentum abwenden, führt dies nur zum größeren Übel. Dann werden mehr Bäume gefällt, mehr Schlösser erbaut und mehr Kriege geführt. Nein, wir müssen unsere städtischen Verwandten zum wahren Weg führen. Erst dann wird die Seele der bretonischen Volkes rein werden. Ah ja. Okay, soviel dazu. Das, äh, finde ich, war jetzt gerade sehr passend, das zu lesen an der Stelle. So. Gut, dann gucken wir uns mal die Verderbnisse hier an. Sollte nicht halt so schwierig sein, weil die Dinger sind wie so eine Perlenkette aufgereiht. Guck mal, hier ist tatsächlich mal... Also wenn ich Landschaftsmaler wäre, wäre dieses Bild, halbwegs gesagt, vor allem mit den Faunen da mit der Runde, ne? Es wäre wahrscheinlich immer noch relativ langweilig. Und wie laufen die denn? Also so Lichter kann eh so Gras noch ein bisschen trumpfen, ne? So, da vorne haben wir dann also die, äh, die verderbten Druinen. Was muss ich denn machen, um die verderbten zu läuten? Da muss ich die Druinen direkt umbringen, oder? Nee, ich gehe einfach hier hin und... Die verderbten, es breitet sich rasch aus. Verbrennt die Leiche, während ich den Läuterungszauber wirke. Ja, ja. Geht's den Druinen danach auch wieder gut? Nö. Verderbter Steinbelebens. Ja, die sind einfach weiterhin verderbt. Gar kein Problem. Also irgendwie schon ein Problem, aber... Versteck, sie wirft da einfach ein bisschen grünes Bolzen-Dings drauf und dann ist das weg. Okay, da hinten sind die... Aber die Zecken sind immer aggressiv. Das ist jetzt keine Neuigkeit, meine Liebe. Also es ist jetzt nicht erst seit gestern so. Glaub mir. Die verderbnis breitet sich durch den Hain aus. Erst die Pflanzen, dann die Tiere und jetzt sind sogar einige Druiden betroffen. Es ist aber ihre Verbindung zum Land, die ihre Schwäche ist. Und warum zu alle überlebst du denn das jetzt hier ohne große Probleme? Ist mir ein großes Rätsel. So. Schön, dass wir das komplett ohne Kampf hinkriegen. Ich kann mich einfach durchschleichen. Da ist das keine Gegner direkt draufstehen auf den Dinger, so fliegt das hier so in der Bubble los. Ein verderbter Busch verbrennt ihn mit reinigendem Feuer, nachdem ich meinen Zauber wirke. Oh, ups. Wir sind der Geist des Hains. Wir sind der Immerwuchs. Und wir leiden. Diese Druiden will helfen, wo eine andere den wahren Weg aus dem Gleichgewicht brachte. Helft uns Sterbliche, ehe die Natur, die diesen Hain erhält, in sich zusammenbricht. Hey! Wie verstörend. Der Immerwuchs hat seit Generationen nicht besprochen. Wir haben, glaube ich, irgendwann mal deutlich über Dinger und Besessenheiten geredet. Da haben wir es wieder. So etwas kann durchaus vorkommen, wenn man nicht aufpasst. Naja, anscheinend kann auch der Hain mit einem reden, wenn er genug Persönlichkeit hat. Hochinteressant. Wahrscheinlich meldet er sich nur, wenn es wirklich darauf ankommt. Mehr dazu beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.